Buchreview Heile Deine Leber von Anthony William, der neue Bestseller auch hier in Deutschland jetzt endlich in Deutsch erhältlich und in dieser Episode spreche ich mit dir über die sogenannten Heiligen Vier, die Nahrungsmittel, die laut Anthony William sogar Heilmittel sind und die sehr sehr gut für dich sind in allen möglichen Situationen und die vor allem da sind, die gnadenlosen Vier in Zaum zu halten und was die gnadenlosen Vier sind und was sie mit deinem Aussehen, deiner Figur und deiner Fitness zu tun haben, das erfährst du heute in dieser Superboost-Episode. Willkommen im Wiegen Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend und wenn ich über die Heiligen Vier denke, dann geht es mir hervorragend, denn das sind wirklich potente Nahrungsmittel und sie helfen dir, falls du dich öfter müde fühlst, abgeschlagen fühlst, falls du nicht mehr richtig aus dem Bett rauskommst, vielleicht wenn du sogar irgendwie krank bist, wenn du krankhafte Beschwerden hast oder vieles, vieles mehr, dann ist diese Episode absolut richtig. In der vorigen Episode haben wir bereits über die gnadenlosen Vier bzw. über die Nahrungsmittel gesprochen, die du nicht essen solltest, also die sogenannten No-Foods und jetzt sprechen wir sogenannt über die Yes-Foods, die dir in allen Lebenslangen helfen, nicht nur wenn du jung und gesund aussehen möchtest, fitter werden möchtest, wenn dein Körper, Geist und deine Seele strahlen soll, sondern eben auch, wenn du dich einfach nur gesund ernähren möchtest und die möchte ich dir jetzt heute nennen. Ja, also vor allem 50 Lebensmittel passen in diese Kategorie der Heiligen Vier und die Heiligen Vier, das ist einmal die Obst, das ist einmal Gemüse, das sind einmal Kräuter und Gewürze und zuletzt Wildpflanzen und auch Honig zählt Anthony Williams dazu und mit denen sind wir eben vortrefflich gerüstet gegen die gnadenlosen Vier und vor allem ja gegen alles, was ich jetzt vorhin genannt habe, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und vieles, vieles mehr. Sobald du also genau weißt, welche Nahrungsmittel dir in augenblicklichen Situationen helfen, kannst du natürlich dann diese Nahrungsmittel in deinen Alltag mit ausrichten und dann quasi viel, viel gesünder zu sein. Kommen wir mal rein. Ich habe auf der Internetseite, auf dem begleitenden Link, den du anklicken kannst in den Shownotes, also in der Beschreibung dieses Podcasts, habe ich wirklich eine Riesenliste mit verschiedenen Nahrungsmitteln, die du essen kannst. Jetzt gibt es eine kleine Zusammenfassung in dieser Superboost Episode zu jedem der heiligen Vier, sodass du auch da optimal gerüstet bist. Also, zu Obst hatten wir auch in der vorigen Episode schon gesagt, zählen auf jeden Fall Äpfel, ganz, ganz wichtig, die Nummer 1. Dann zählen Aprikosen, Avocados, Bananen, Beeren, Birnen, Granberries, Datteln, Feigen, Granatäpfel, Kirchen, Kiwis, Mangos, Melonen, Orangen und Mandarinen, Papayas, Weintrauben, Zitronen und Limetten dazu. Ganz, ganz wichtig bei Obst und das sagt ja eben auch das Hippocrates Health Institute, die ja teilweise sogar auf Obst gänzlich verzichten. Warum? Nicht, weil es nicht eine super Nahrungsquelle ist, sondern weil die Obstsorten heute ziemlich stark verarbeitet sind, immer nur auf Süße gezüchtet wurden und teilweise hybride Sorten jetzt schon da sind, gerade bei Weintrauben, gerade bei Orangen, gerade natürlich eben auch bei solchen Sachen wie Äpfeln und so weiter wird sehr, sehr viel mit Düngemittel, mit Spritzmittel und so weiter gearbeitet. Dementsprechend solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass die Früchte reif geerntet wurden, dass sie wirklich auch Saisonalität haben, dass du sie am besten in deinem Garten selber angebaut hast und dann können sie wirklich ihre volle Potenz ausschöpfen. Also das ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen zum Thema Obst und jetzt kommen wir zum zweiten Heiligen Vier, nämlich dem Gemüse. Zu Gemüse gehören Artischocken, Blattgemüse, Gurken, auch Kartoffeln. Also Anthony William ist ein großer Fan von Kartoffeln, er bringt die Kartoffel wieder zum Leben, nachdem die ja eben auch von vielen gerade Low-Carb-Lern in Verruf geraten ist und nicht mehr gebraten wird sozusagen. Er zählt natürlich auch Keimlinge und Sprossen dazu. Kohl, Rettiche und Radieschen, Spargel, hatten wir ja auch schon in der vorigen Episode, Staudensellerie, ja das Nummer 1 Food schlechthin, Süßkartoffeln und die Zwiebeln. Und wenn du schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben möchtest, auf die nächste Superboost-Episode, da stelle ich dir nämlich ein hervorragendes natürliches Antibiotikum vor, das du auch hervorragend als Salatdressing nutzen kannst und da kommen so geile Sachen rein, wie Zwiebeln, und vieles, vieles mehr. Freu dich da drauf, du kannst dich wirklich als natürliches Antibiotikum gesund ernähren, gesund machen und dazu, dass es dir noch schmeckt, Salat essen. Also wirklich, wirklich cool, da freue ich mich auf diese Episode. Und wir kommen zum dritten Heiligen Vier, den Kräutern und den Gewürzen. Ja, zu Kräutern und Gewürzen, da können solche Sachen wie Knoblauch, Koriander, Kukuma, Petersilie, Würzkräuter, Zitronenmelisse, aber auch solche Sachen wie Ingwer, Katzenkralle und so weit. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest oder nicht weißt, wo du die Dinge herbekommst, auch da habe ich dir einen Link in die Shownotes gepackt. Gerade dort kannst du Katzenkralle, Koriander, aber auch andere Kräuter in einer Tinktur bestellen, wenn du jetzt beispielsweise in der Stadt lebst und nicht weißt, wie die Qualität im Supermarkt ist, dann hol es dir als Nahrungsergänzungsmittel und dann kannst du auf die Qualität zählen, vor allem bei dem Link, den ich dir in die Shownotes gehauen habe. Der vierte Heilige Vier sozusagen sind die Wildpflanzen und da habe ich ja schon etliche Episoden drüber gemacht. Ganz klar, Brennnesselblätter, aber auch atlantisches Meeresgemüse können dazu, also diese ganzen Dulche-Algen, diese Kombualgen und so weiter, ganz, ganz wichtig. Aloe Vera gehört dazu, Hakebutten, Klettenwurzel, Kokosnuss, Löwenzahn, Rotklee und ganz, ganz wichtig, die wilden Blaubeeren und die zählt dir eben nicht zu Obst, sondern eben zu Wildpflanzen und wilde Blaubeeren kann ich dir zum Beispiel aus dem Edeka empfehlen. Die haben mal super wilde Blaubeeren aus Kanada zu einem richtig guten Preis und da empfehle ich dir auf jeden Fall zuzugreifen und vor allem diese Lebensmittel in deinen täglichen Alltag zu integrieren, denn sie schützen dich vor den gnadenlosen Vier und sie machen dich fitter, lebendiger, jünger und vieles, vieles mehr und die gnadenlosen Vier, die gebe ich dir jetzt. Ja, die gnadenlosen Vier, das sind die Hauptfeinde für unsere Gesundheit, laut Anthony William und dazu gehört er selten strahlen, da gehört natürlich jetzt diese ganze Thematik rund um 5G dazu, da werde ich vielleicht auch nochmal einen Podcast machen, wenn es dich interessiert. Also radioaktive und Röntgenstrahlung wird unter Strahlen assoziiert, dann haben wir natürlich die ganze Schwermetallthematik, die sehr, sehr viel wohl in unserem Körper kursiert und wir auch durch die aktuellen Umweltbedingungen nicht mehr so richtig davon loskommen. Dann Viren, ganz, ganz wichtig, Viren und DDT und Anthony William sagt aber ganz klar, wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert, denn da helfen eben die Heiligen Vier, um diese in den Griff zu bekommen, um diese zu binden, auszuleiten oder klar, uns dafür komplett zu schützen und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir diese Heiligen Vier dann dafür nehmen und uns damit nicht nur was Gutes tun, unserem Gaumen nicht nur was Gutes tun, sondern natürlich eben auch unsere Gesundheit und wie gesagt, denk da nochmal drüber nach oder schau da nochmal nach, ich werde alle Lebensmittel dann nochmal hier in den Shownotes erwähnen, in dem Link, den du dort findest. Ganz klar zusammengefasst, am besten vegan und glutenfrei dich zu ernähren, das ist eine, ja, vielleicht heftige Botschaft für einige, aber es ist genau der Weg, den zumindest Anthony William vorschlägt, um immer vital, gesund, jung und frisch zu bleiben und vielleicht probierst du es einfach mal aus und wirst dann für dich sehen, passt es für dich, passt es eben nicht für dich. Unsere Teilnehmer in der 28-Tage-Beautiful-Body-Transformation machen auf jeden Fall immer wieder die erstaunliche Erkenntnis, dass es funktioniert und wir haben schon hunderte Rezensionen gesammelt, schaut dir die gerne an auf unserer Challenge-Seite, also auf der 28-Tage-Beautiful-Body-Transformation-Seite, dass auch du in Kraft kommst, in deine Mitte kommst, dass auch deine Augen leuchten und vor allem, dass du ein Geschenk der Welt sein kannst. Sei der Welt ein Licht, das wünsche ich dir auch heute wieder und schau natürlich gerne in unserem Blog vorbei für alle Informationen zu dieser Episode. So sage ich dir auch heute wieder, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, lass es dir gut gehen, alles, alles Liebe, dein Christian.